Ach ne. Und? Ohhhh! Alma! Aha. Ich denke mal, das liegt einfach an den Tabletten, die hier verabreicht werden. Wir gehen ja einfach mal hinterher. Nee, ich muss das Ding einschlagen und da rein. Okay. Oh, nee. Kennt ihr auch das Gefühl, wenn ihr in einer vollbesetzten Straßenbahn seid? Und ein mysterisch kacken gehen. Es ist euch total unangenehm. Ihr habt dieses unglaublich beklemmende Gefühl. Das habe ich jetzt. Vielleicht war ich nicht klar genug, als ich gesagt habe, dass du und ich hier allein waren. Was ich wirklich gesagt hätte, war, dass du und ich die einzige, die hier sind. Alles hier ging in die Höhe und die Leute in diese Dinge. Meine Worte zu dir ist, dass du ein Augenblick und eine Kugel zu halten. Ich bin ein Augenblick und verabreicht. Ich bin ein Augenblick und verabreicht. Ich bin die Hauptmöglichkeiten. Ich bin die Hauptmöglichkeiten. also was schon mal klar okay hier können sich einige vollpreistitel echt eine scheibe abschneiden so hätte das neue 4 werden können aber nein das ist davon ach die ladezeiten da würde ich vielleicht mal einen schluck trinken loading there's a moment we don't have to roll loading gut weiter geht's gut 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 Ah, jetzt geht's. Oh. Das ist eine sehr freundliche Nachricht. Also, hier kommt man nicht rein. Da muss ich wohl den Wasserweg hier nehmen. Oder auch nichts. Ah, okay. Ah, man erwartet mich bereits. Das ist eine sehr freundliche Nachricht. Das ist eine sehr freundliche Nachricht. Alles klar, werde ich mir doch gleich anschauen. Ich werde mir doch gleich zwölf Milliarden Zombies über den Weg laufen. Oh Gott. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Oh ja. Und was machst du in deiner Freizeit? Ah ja, ich fürchte mich ja nicht so ganz ganze Tode. Bitte Tasche drücken zum Erschrecken. Habe ich doch gerade was gehauen oder? Da wo ist. Ah ja, da. Jetzt habe ich schon alles in der Hand gehabt. Nur die Sicherung nicht. So, wo muss die Sicherung rein? Okay. Das wird schwierig. Okay, also nochmal. Ach, geh doch rein, bitte. Ah, endlich. So, da habe ich doch noch eine zweite gesehen. Und die letzte. Ah, Licht. Ah, Hoffnung. Ah, Dunkelheit. Oh, sieht doch super aus. Oh, der ist flott unterwegs. Oh, der hat sowas Sight and Healing mäßiges an sich. Das ist da keine Sekunde länger als nötigste ist ja wohl klar. Ach, ah. Ach. Wäre schlecht. Was war das? Dann der Scheiße. Nimm das. Oh, rauss hier. Kommen wir noch was hoch? Nee. Gut. Also, nach unten. Das ist schön, dass man die Taschenlampe nicht ganz kurz ausschalten muss. Damit sie wieder Energie bekommt. Gute alte Jump Puzzles. Ah, geht's vielleicht hier. Zum richtigen Weg. Werde ich mich noch weiter in Gefahren stellen müssen? Wahrscheinlich. Gehen wir mal runter. Ah, sieht gut aus. Im jeden Fall habe ich schon mal genügend Munition. Okay. Ah ja, Golden Shower. Endlich. Hat er mir gedacht, oh, schön hell und dann wird alles abgeschalten. Ach, nö. Sagte sie gerade Teewurst? Und genau so was passiert privat versichenden Patienten nichts. Das ist echt zu viel für meine Nerven. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Uh. Huh? Uh. Äh... Oh, ihr seid so gemein. Oh, ihr seid so mies, echt. Ja. Ah. Es wird jedes Mal kleiner. Mies. Mies. Mal an aus, ja noch kleiner, Licht an aus, noch kleiner. Okay, also Nightmare House 2, ein Spiel, das wirklich Gänsehaut produziert und einen wahnsinnig erschreckt, mich auf jeden Fall. Das ist auch schon die ganze Zeit, die wir wieder mal für diese Episode haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Haggy in Hell und wie ich mich jetzt hier wahnsinnig erschreckt habe. Und wenn ihr noch mehr von der Serie Haggy in Hell auch nach Halloween sehen wollt, dann gebt uns in den Kommentaren Bescheid. Rate, comment and subscribe. Wir würden uns sehr freuen. Macht ein Abo und so. Unterstützt. Let's play some games. Ich danke euch und es war mir Freude. Und wenn ihr wollt, spiele ich vielleicht noch ein bisschen weiter in Nightmare House 2. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.